Sir Peter Lely war in englischer Maler niederländischer Herkunft. Leben Mit 19 Jahren wurde Lely 1637 Schüler bei Peter D. Greber in Hallem. Mit Bürgschaft seines Lehrers D. Greber konnte er auch der Lukas-Gilde beitreten. 1643 ging Lely nach England und ließ sich 1647 in London nieder. Schon bald war er überall im Gespräch, da er seine Porträts ganz im Stil Antonis von Dix gestaltete. Da Van Dyck vor einigen Jahren gestorben war, schloss Lely mit seinen Bildern eine große Lücke. Darum wurde Lely wahrscheinlich auch die Mitgliedschaft der altehrwürdigen Kompanie of Painter Steiners angeboten. Mit der Zeit wurde Lely zusammen mit William Dobson, einer der führenden Porträtisten der englischen Revolution unter Oliver Cromwell und der nachfolgenden Herrscher. 1651 bewarb sich Lely für die Gestaltung verschiedener Wandmalereien in Whitehall. Zehn Jahre später berief König Karl II. Lely zu seinem offiziellen Hofmaler. Ein Jahr später, 1662, wurde Lely die britische Staatsbürgerschaft verliehen. In den Jahren 1666 bis 1667 schuf Lely für Anne Heid eine Serie von Porträts verschiedener Hofdamen, heute noch bekannt unter dem Titel The Windsor Beauties. Fast zeitgleich entstand eine weitere Porträtserie von Admirien, The Flakken. 1679 wurde Lely von König Charles II. persönlich zum Ritter geschlagen. Bereits ein Jahr später starb Sir Peter Lely im Alter von 62 Jahren. Nach seiner stark niederländisch beeinflussten Phase gelangte Lely im Alter zu einer gelösten freien Maltechnik. Neben vielen Schülern Lely sei hier vertreten für alle Nicolas de la Gillehre genannt.